und damit herzlich willkommen zurück zu feide wenn es 13 jetzt habe ich mir egal hatte ich geschrieben und rufen okay wir werden hier weitermachen ich habe mich gerade noch ein bisschen mit dem spiel befassen jetzt machen wir ja ich habe nicht großartiges neues heraus was man nicht selber schubst ach die gibt es ja in massen die ich nicht selber also im grunde ist ja eigentlich egal aber auch irgendwie nicht weil das viel steht vor einem item darin befindet sich nämlich eisenpanzer 15 mal den möchte ich gerne habe sind nämlich schöne komponenten um die waffen aufzurüsten und solange da steht kriege ich das nie hier somit ist es eigentlich sehr heiße jetzt glaube ich dass ich am besten mal ich muss mal verheerer augmentor dass ich mal am besten hier so ein bisschen mich vorbereite während vanille quasi angreift das wird das uns mal ein bisschen stärken weil ich kann nicht noch einen protektor einfach so verwenden zack wir werden trotzdem auf eure doppelte sequenz gehen und ihn erstmal ein bisschen hoch treiben jetzt wird man weiter auf augmentor gehen für eine verheerung manipulieren bringt nichts habe ich auch vorhin festgestellt Das ist ein Eisenpanzer, den hab ich vorhin sogar bekommen Müsste mal einen Heiler und die Augmento eindringen. Dann gehen wir jetzt durch das hier und wieder auf den Stähler einen Angriff. Und wieder auf den Heiler. Weil er greift selten an, so wie ich ihn mitgekriegt habe, aber wenn er angreift, dann tut es weh. Hmmmm. Aber eigentlich das Richteste haben wir schon. Würde ich sagen... Auf ihn! Ich habe keine Heiltränke, die sehe ich gerade. Scheiße. Ich habe keine Heils yet. Ich habe keine Heils yet. will er gerade und wir sind tot und ich will dieses scheiß item an ich werde dieses scheiß fucking item das habe ich alles noch ein blender dem bau ich eh nicht der bringt nicht es kommt auch nichts protect wir haben es freund auch mach ich jetzt den protector und los geht's ich hoffe ich habe ich jetzt nicht scheiß ich habe den augmentor drin scheiße ja wir haben eine spider hier auf dem Reisequenz Panzerwäckerner wieder Jaaa... Okay, jaaa... Ich will an dieses Scheiß-Item, was da ist Mit 15 Eisenpanzer Komm her Sooo... Schön hochpreschen Ja, vielleicht haben wir es geschafft, gleich Da wo wir ihn haben wollen Jetzt dauert es schon mal länger, bis er... Schon mal unten ist So schnell den Heiler machen Das kann er weiter anreiben, wenn ich das Problem Halt Halt So... Auf ihn Scheiße... Na dann... Er hat noch... 11.000 hat er noch Hmm... Auf mich zu beißen Es ist es nur von mir, dass ich Leute beiße Sooo... So... So... Jetzt könnte er langsam was zu bejagen Wie viel gehen haben wir sogar? Wie viel gehen haben wir sogar? Ob wir ihn haben wollen? Im Schock-Zustand, aber das macht mich halbdolb mit deinem Scheiß-Blitz Oh dein Schock-Zustand, aber das ist ja nicht der Schock-Zustand Was ist denn da? Ahem... Ehm... Komm schon... Gleich ist er da wo ich ihn haben will... Ja.... Das ist ja... Der Schock-Zustand, aber das ist ja auch ein Schock-Zustand, aber das ist ja auch ein Schock-Zustand, aber das ist ja auch ein Schock-Zustand. mit der doppel sequenz dann ist er gleich da und hat nur noch 3.000 der feurer ist ein bisschen übertrieben mein fräulein wenn es der nicht wahr mein kabel legt sich immer dort hin wo ich es gar nicht hinlegen soll so juhu mein item 15 mal eisenpanzer jetzt werden wir übrigens wieder umstellen auf unser standard andere bestien umgehen wir natürlich haben ja gesehen wie lange das dauert gehst du weg gehst du weg ich muss gerade selber mal gucken ob hier noch irgendwas befindet bleib wo du bist bleib wo du bist neinsatz komm hier holt doch hier befindet sich ein analyse analysator das war fast es war so gut wie das letzte item was es gibt gibt es nur noch ein einzig das ist nicht wie viel sie bei dir ist es da vorne okay da sind wieder leichte gegner juhu saas wo willst du hin saas Und down Und down Noch einer Einen Kreml haben wir übrig Wo rennt denn Sas schon wieder hin, ey? Kannst du nicht warten? Item, Item, Item Weit, weit, weit Ihr tanzt mal schön Oh, die machen Feuer Wir können ja Feuer Meine Fresse Es geht ja heiß her hier Meine Fresse So Dann haben wir dich auch down, mein Lieber Yeah Nehmen wir Wir nehmen uns die Zehn Teufels Schwingen Und gehen weiter und weiter Und eine weitere Armee von Die Fies-Sonde Hallöchen Was geht, Leute? Wow, wow Es sind aber viele Es tut aber auch viel Oh, oh, alle machen Feuer Alle machen Feuer Ähm Hier geht's richtig zur Sache Alle wollen sie Wollen sie es feurig heiß haben Der Na, muss ganz ehrlich sagen Sie können einen schon in die Pedulie bringen Es ist aber auch nur, weil sie zu viele sind Problem sind sie nicht aber wenn sie nicht aufpasst können sie ja auch mit die tue hier bringen kann man auch das ein oder andere problem kriegen sie haben auch kurz kuchen über 1000 kristallpunkte haben wir schon wieder wir sammeln noch ein bisschen hallo okay dann würde ich sagen ich würde auf den unsere uhr und sache wir machen den cut und dann sehen wir uns das nächste mal